Hallo Leute, heute geht es um das Octo-Relais und zwar um die Einrichtung in OctoPrint. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, dass bei mir jetzt alles funktioniert. Ich hatte starke Probleme, weil heute ein Update kam und dazu dann eine zweite App installiert werden musste. Ja, das hat mich jetzt eine knappe Stunde gekostet, bis das alles funktioniert hat. Aber jetzt, wenn ich hier draufklicke auf Toggle PSU, dann sieht man auch, dass sofort der Drucker startet. Ich habe das Display jetzt einfach mal auf den Drucker gelegt, damit man es auch sieht. Und jetzt wartet der OctoPrint kurz und verbindet jetzt automatisch mit dem Drucker. So, das bedeutet, der Drucker ist jetzt verbunden. Ich habe auch gerade schon den nächsten Lüfter gesehen, der getauscht werden muss. Das ist der Bauteillüfter bei dem Anet. Der quietscht nämlich mittlerweile auch. Irgendwie sind die alle nicht für Dauer gebaut. Ja, und im nächsten Teil geht es jetzt darum, wie wir das Ganze einrichten. Das werde ich dann gleich zeigen und mache das dann an meinem PC, damit ich euch auch auf den Bildschirm schalten kann, was alles installiert werden muss und was gemacht werden muss. Weil hier ist es halt relativ uninteressant, jetzt noch weiter zu gucken, denn das Relais hängt einfach schlicht und ergreifend bei mir jetzt an plus 5 Volt Masse und Pin 17 von den GPUs. Und mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu machen. Aber das zeige ich dann auch in der Installation, weil ich, wie gesagt, hier jetzt ein bisschen experimentieren musste. Es ist auch ganz gut so, dass ich euch das zeige. Dann würde ich sagen, bis gleich im zweiten Teil des Videos. Noch ein kleiner Einschub, bevor der Teil 2 des Videos startet. Durch das ganze Nicht-Funktionieren von den Plugin-Installationen und auch das Nicht-Funktionieren, wo ich dann schon über eine Stunde damit verbracht habe, das App-Update in Gang zu bringen, habe ich leider vergessen, euch das Pin-Out zu zeigen. Das zeige ich euch jetzt noch. Das schiebe ich dann noch vor Teil 2. Es geht darum, dass wir bei dem Raspberry Pi ein Pin-Out haben. Das ist jetzt von RaspberryPi.org das Bild. Und da haben wir dann auf der Seite hier oben rechts, haben wir dann Pin 2 und 4 und 5. Das ist 5 Volt Plus und Ground. Und dann haben wir halt eben verteilt über den Rest des Pin-Headers die ganzen GPIO-Pins, wo ich jetzt Pin 17, also GPIO 17, Pin 11 genommen habe. Und viele nehmen den GPIO 21, das ist Pin 40, aber mir war das zu weit weg. Und was man halt jetzt hier auch sehr schön sehen kann, ist nochmal die GPIOs eingefärbt in Gelb und Ground plus 3,3 Volt und plus 5 Volt. Was noch zu beachten ist, die GPIOs bei dem Raspberry Pi schalten nur 3,3 Volt plus und minus. Also das heißt entweder High oder Low. Was bedeutet, wenn ihr, wie ich, ein 5 Volt Active Low Relay nehmt, kommt das nicht mehr in den High State, wenn der Pin dann auf 3,3 Volt High schaltet, weil das zu wenig ist für den Vorwiderstand, der auf dem Relay drauf ist. Das heißt, es bleibt die ganze Zeit angezogen. Da muss dann halt noch ein MOSFET vorgeschaltet werden, ein NPN, damit die Schaltung dann funktionieren kann mit diesen 3,3 Volt. Deswegen nehmt am besten gleich Relays, die 3,3 und 5 Volt schalten können vernünftig. Dann kommt ihr halt nicht in das Problem, dass ihr, wie ich, dann noch umlöten müsst. Jo, das war jetzt der kleine Einschub. Dann kommt ab jetzt dann Teil 2 und dort ist dann alles weitere erklärt. Was noch zu der Software gehört. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Videos. PSU Control, also ein Octo Relay, wie auch immer man das nennen mag, installieren der Plugins für die Steuerung des Leistungsrelais, was ich da gebaut habe. Weil es ja ein Update gab, was ich eben erwähnt habe, ist die ganze Sache deutlich umständlicher geworden für mich, weil vorher war das sehr klar und sehr einfach gelöst. Und das ist jetzt halt leider mit zwei Plugins gelöst, wenn man die Original-Pins ansteuern möchte. Deswegen ist es ganz gut, dass ich das Video nicht in der Woche gemacht habe, denn das wäre jetzt quasi alles sowieso ungültig. Wir befinden uns jetzt erstmal auf dem Troncy-Drucker. Dort ist nämlich noch nichts installiert. Ich will es aber hier ja sowieso installieren, weil ich hierfür ja auch das Leistungsrelais am Vorbereiten bin, dass ich das hier auch mit einbinden kann. So, als erstes gehen wir jetzt mal in die Einstellung. Dann gehen wir in den Plugin-Manager und dort auf Mehr, um dann die PSU-Control zu suchen. Da brauchen wir jetzt beide Apps. Also das heißt, wir brauchen die API.GPU und die PSU-Control, weil vorher war es einfach nur die PSU-Control. Da konnte man direkt die Pins mit ansteuern. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe da eben lange rumprobieren müssen. Ich habe bald eine Dreiviertelstunde probiert, weil es keinen richtigen Infotext gab bei dem Update. Das war irgendwie sehr strange. Ja, jetzt installieren wir halt erstmal die kleine App von den beiden und installieren danach dann die Haupt-App. Und dann zeige ich euch auch, wo das nächste Problem lag. Denn leider gab es dann noch ein Problem, warum das Relay nicht geschaltet hat. Aber das ist dann halt leider so. Und ja, da können wir nichts dran ändern. Jetzt startet er halt das Octoprint neu. Das dauert dann ein paar Sekunden. So, wenn dieses jetzt neu gestartet ist, dann können wir ab diesem Punkt jetzt nochmal in den Plugin-Manager wechseln und können dort dann halt die zweite App raussuchen, nämlich die Haupt-App und können diese installieren. Entschuldigung. Und dann startet er von hier aus nämlich nochmal kurz neu und wird danach dann halt einsatzbereit sein. Das heißt, wir stellen das dann hier jetzt einfach mal quasi blanko ein und dann zeige ich euch halt hinterher, dass noch auf dem Arnet, wo es hier schon installiert ist und wo ja auch das Relay dran hängt, wie dann die restlichen Sachen aussehen müssen. Weil sonst versteht das, glaube ich, im Moment so keiner, wie das alles passieren muss. So, jetzt starten wir nochmal neu. Neu Start findet statt. Ja, der dauert jetzt ein bisschen länger, weil da wird jetzt das komplette Octoprint-System neu gestartet. Also nicht der Pi selber, sondern nur das Octoprint. Das müsste jetzt ein paar Sekunden länger dauern dann. Aber das sollte ja auch kein Problem sein. Das lasse ich auch so durchlaufen. Ich meine, das ist ja... Dann sieht auch jeder, wie lange das diese Installation halt dauert. Ja, wenn das dann fertig ist, dann gehen wir jetzt gleich mal in die Einstellung. Und dann gucken wir uns erstmal die Grundeinstellungen an. Damit es da keine komischen Sachen gibt und ihr das überhaupt nicht hinbekommt, dass überhaupt da irgendwas schaltet. Weil ich hatte das nämlich eben, dass der Drucker dann dauertot war. Also es passierte nichts, egal was ich angeklickt habe. Jetzt ist der Neustart fertig soweit. Ah, hier kriege ich sogar einen Infotext, dass man halt die zweite App braucht sich hier nämlich gerade, weil ich das schon hier so beim Überfliegen gesehen habe. Ja, den können wir ja jetzt dann wegklicken. Den hatte ich eben nicht. Das ist natürlich gut. Ja, komm. Ja, nachdem Octoprint irgendwie mich gar nicht mehr reinlassen wollte, habe ich es jetzt dann geschafft, nachdem ich in der Grundkonfiguration von dem Python-Script rumgefummelt habe, dann doch wieder Zugriff zu bekommen. Und es scheint auch alles wieder normal zu laufen. Ja, die 0.17er-Version muss wohl öfters dieses Problem haben, dass der Wizard nicht beendet wird, wenn man auf Beenden drückt. Das habe ich jetzt gerade so in diversen Foren rauslesen können. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ja, dann bin ich da stehen geblieben, glaube ich, dass wir jetzt in die Einstellungen reingehen. Und dort dann auf die Sachen erstmal eingehen. Es ist halt jetzt so, dass wir erstmal in PSU-Control reingehen. Und dort stellen wir jetzt erstmal ein, dass er auf ein Plugin reagieren soll. Da ist es dann so, dass er halt standardmäßig schon gleich dieses PSU-Control-API.GPIO-Plugin auswählt. Dann kann man jetzt halt schon mal vorher sagen, oder beziehungsweise ich kann jetzt vorher schon sagen, es funktioniert nur, wenn wir den Sensing-Pin in der PSU-Control-App aktivieren. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier sagen GPIO. In dem Falle ist es dann aber nicht Float, sondern in dem Falle ist es ein Pull-Up, weil wir den Pin ja nicht invertieren. Und ich tue jetzt hier beispielsweise einfach mal eintragen als Sensing-Pin, dann Pin 17. Jetzt müssen wir dann noch die PSU-Control-API.GPIO-App. Ich sag die ganze Zeit App, ich meine natürlich Plugin. Müssen wir bei diesem Plugin direkt dann den Switching-Pin noch ändern, indem wir erst mal auf BCM wechseln. Das ist nämlich der Modus für die GPIO-Pins. Und dann müssen wir bei Switching natürlich auch den 17er-Pin eintragen. Und hier lassen wir weg. Das hat nicht funktioniert, weil ich kann nämlich bei der anderen kann ich nämlich auch eintragen, dass er dann über das, also nicht über den GPIO, sondern auch über das Plugin-Sichter suchen soll. Das habe ich mehrfach probiert. Das macht er nicht. Also man muss als Sensing-Pin wirklich hier den echten Pin eintragen, der quasi schalten soll und muss dem auch dann sagen, dass es ein Pull-Up oder ein Pull-Down ist, weil je nachdem, ob man den jetzt invertiert, ist es ja dann entweder Pull-Up oder Pull-Down, aber die normale Einstellung wäre jetzt in dem Falle Pull-Up. Also dieses Feld hier getrost vergessen. Ich habe es nicht hingekriegt. Wenn das jemand hinkriegt, dann kann das gerne jemand schreiben. Aber bei diesem Plugin hat es jetzt nicht funktioniert nach dem Update. Es ist halt so, dass im Prinzip macht dieses Sensing hier ja das Gleiche, nur dass es halt in der Haupt-App ist, äh, Haupt-App, ja, im Haupt-Plugin ist. Weil dieses zweite Plugin ist heute erst dazugekommen oder beziehungsweise ist vor ein paar Tagen schon dazugekommen, aber das Update für das Haupt-Plugin kam heute erst. Deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen überrumpelt und musste testen. Ähm, ja, aber so funktioniert es dann halt, wenn man in dem Haupt-Plugin den Sensing-Pin einträgt mit GPIO-Verweis und, ähm, neben Plugin, was dann die GPIOs steuert, dann zum Switching den passenden Pin einträgt. Dann funktioniert es auf jeden Fall. Des Weiteren habe ich jetzt hier noch eingestellt, dass er halt automatisch dann, äh, das PSU anschalten kann über das Plugin. Dann habe ich ihm auch noch gesagt, er soll connecten, wenn Power-On ist. Da muss man natürlich dann hier oben bei Post-On-Delay, sag ich jetzt mal so 10 bis 12, auch mal 15 Sekunden eintragen, damit dann wenigstens das Ganze so ist, dass dann der Drucker nicht direkt quasi umschalten soll. Er muss ja auch selber erst mal hochfahren. Ja, was ich halt weggelassen habe, was für mich halt so ein bisschen blödsinnig ist, ist halt dieses Disconnect und Power-Off, weil Power-Off, äh, brauche ich nicht mehr disconnecten, dann geht sowieso das Netzteil aus, zumindest bei mir. Das liegt halt immer dran, wie man das schaltet, aber ich finde halt, stromlos bedeutet stromlos. Das heißt, es wird von der Steckdose getrennt. Und nicht, wie ich in manchen anderen Videos gesehen habe, dass dann, äh, wirklich nur, sag ich jetzt mal, das Mainboard abgetrennt wird und das Netzteil weiterläuft. Also betreibt euren Pi definitiv dann mit einem externen Netzteil und trennt den kompletten Drucker vom Strom. Denn sollte mal irgendetwas sein, dann wird definitiv das Netzteil ansonsten weiter brennen. Das nutzt dann nichts, wenn ihr den Rest vom Drucker vom Strom trennt, aber das Netzteil kuckelt dann weiter vor sich hin, bis irgendwann die Sicherung fliegt oder der Drucker in Flammen steht. Deswegen immer vorne abschalten, das heißt 230 Volt Seite und dann ist die Sache auch gegessen. Ja, soviel dann zu diesen Plugins und zu dem, was mich halt jetzt heute so ein bisschen überrumpelt hat mit den zwei neuen Plugins. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke.